Hallo, recht herzlich willkommen hier auf meinem Flugkanal zurück. Und ich hoffe, ihr hattet das, ich sag mal, Best of 100 Video, wenn euch auch angeschaut. Ja, deswegen, lange Rede kurzer Sinn, dass ihr abonniert, das Glöckchen drückt, Daumen nach oben, Kommentar. Versteht sich davon selbst. Jetzt ist der dritte Teil dran, wie versprochen, durch Stettin. Ja, Sehenswürdigkeiten, die ihr bei eurem nächsten Besuch hier in Stettin auf jeden Fall sehen solltet. Ja, nach dem Intro geht es dann sofort los mit dem dritten Teil. Und am Ende des Videos sehen wir uns hier nochmal kurz wieder. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020